Ja, Turnfestlauf eingebettet im Turnfest ist schon was besonderes. Wir haben ja ein wahnsinnig großes Programm und da sind diese Mitmachangebote und auch die Läufe ein fester Bestandteil. Das war ein tolles Erlebnis. Es gab viele Leute am Rand, die applaudiert haben. Es hat angespornt. Schon fest aufwendet. Schöne Strecke, schön durch den Wald. Klasse Atmosphäre, tolle Zuschauer. Und dann Zielspringen mit Maskotchen. Was will man mehr? Wir sind gerade die Staffel gelaufen. Fünfmal tausend Meter. Und wir sind dann jeweils tausend Meter gelaufen. Es war wohl ganz geil hier mal in Berlin so zu laufen. Weil sonst hat man ja eigentlich nur die Chance an Marathon oder Halbmarathon oder so. Und jetzt hier so. Das ist echt wohl ein gutes Gefühl.